Wenn ihr noch einen hört, dann habe ich einen kleinen Kompromiss. Wie wäre es denn, wenn ihr alle mal richtig weit nach vorne kommt, damit wir ein richtig cooles Foto machen können? Also eine kleine Erinnerung, was einfach so schön heute mit euch war. Und ihr kommt jetzt alle nochmal für den letzten Song nach vorne. Wir machen ein Foto gemeinsam mit Lilly. Let's go! Okay, das ist super super cool, dass ihr das für uns mitmacht. Ihr wisst ja, kleine Bands, die brauchen noch ein bisschen Fuschelmini an, so ein Geduld. Sehr, sehr cool. Okay, da ist sie. Wo wollen wir hin? Seid ihr so weit? Auf drei ruft ihr Radio Bob! Eins, zwei, drei! Radio Bob! Okay, vielleicht funktioniert Freibier noch besser. Eins, zwei, drei! Freibier! Jetzt hat Freibier funktioniert. Lilly, was sagst du? Ecke! Ecke! Findet sie gut. Okay, dann kriegt ihr jetzt noch einen letzten Song. Das ist ein bisschen ruhiger. Tobi packt jetzt seine Kodaune aus. Und er findet seine Akkus-Gitarre. Dann rücken wir alle nochmal ein bisschen enger zusammen. Und wir spielen einen hunderschönen Schumpel-Song für euch. Ich glaube, die Norddeuten genau schumpeln, oder? Ja! Ja! Das ist eine Geschichte, ich wollte euch erzählen. Eine Geschichte, so hard zu erzählen. Wir brauchen die Dachse, denn das ist eine Musik. Alles ist die F.S. Bühne. Und jetzt ist die F.S. Bühne. Und jetzt ist die F.S. Bühne. Hey, 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 hey. Wir sind nicht vor, ich etwas tales. Wir sind dank, was sie sogar schon zusammen. Wir sind nach der Ausage gehen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020